so nicht gerade was gehört ich habe doch bestimmt nur wieder halluzinationen haben wir so doof dass hier keine uhr ist die anderen wecken wer werter kommt so sind sie schon wach ja guten morgen wer werter morgen morgen das ist ja gar nicht morgen natürlich wird er nicht schauen sie mal raus so müssen wir müssen sonst mal urauf hänge das wäre mir echt nicht damit man wissen wie viel um warum hat mit der urkult wieder ausbrechen ich habe ein klar wie die hause doch blabber doch kein schwachsinn der hier die ganze zeit mir fehlt kein argument ein ist mir auch egal und oft gegen meine schien ich komme gleich haben das gleicher werter und wenn wir uns ja auch ich konnte mich nicht raus ich brauche ich brauche ich brauche hier kann sie machen hier gar nichts ich habe hunger sie brauchen kein frühstück ja sag ich war ich habe noch ein bisschen ich habe immer noch ein bisschen fisch ich brauche ich habe ich habe noch ein bisschen aber ich komme ich komme ja ich komme wo brennt denn haben wir vielleicht gesagt bläden denn er werter haben wir endlich mal ein stundenplan sein wie gesagt und mein stundenplan hierher nein also nicht schriftlich haben einen mein kopf was doch der kopf haben wir haben was im kopf und ich glaube da selbst nicht wir wissen genau dass sie nachts immer wort gedringe mit ihrer kumpel in deren arm fliegt wort hier ist er nicht in der haupt der west hat doch gar keine freunde ach schön dreh aber die wollen sie wissen nicht freunde freunde was ist das kann man das essen nee doch so kann ich auch wenn ich habe ich auch wenn ich habe jetzt die menschen kommen sagen wir schon der drehstunde und wir können hier mal da ist die irgendwo der tür aufschließen kurz eingeneckt vielleicht mal runter kommen und uns ja ich komme ja derzeit bin ich dreimal ausgebrochen und job in derzeit drei ich hab derzeit drei dokuserie morgensarbeit taschentücher geschält hören sie doch mal auf ihr alt kaputt zu machen mehr leute so lang wie du bereits hier in 6 9 solange wie sie brauchen der wächter in der zeit bis sie uns hallo jetzt heute habe ich bestimmt drei dokumentationen über taschentücher geschäuert wir haben sich eingelegt sein sie google dekumen ist aber nur über die schafften sie ist im stehen einzunehmen da ihre möglichkeit durch auch haben das gefängnis ist langweilig ja das sehe ich auch so langweilig finde ich es noch nicht j oder feil getroffen warum der 16 in die spinnen netz fest guck ist ja mal schämlich einmal bei dem gm die menschen arbeit also stacheldraht auch deswegen habe ich viele wunden am kopf erklärt so einiges wo sind der mober krieg herr ich gekauft dass wir müssen sich auch mal wieder ich glaube ich habe nur geschaut ich bin ich glaube sie schauen relativ ich höre hier so ein paar böse fischer ich habe schon und